um gott ist das leo 9 wir werden uns alle töten was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun keine ahnung nicht besonders wenn dann tötet ihr mich weil ich dann keine connection mehr hab oder du hältst einfach deine Fresse ich sag doch gar nichts das ist nicht nett das nächste mal nimmst du auf nein 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 ich trau dir nicht jetzt hab ich so ein gelbe zeichner ich muss sagen ja das habe ich jetzt auch wieder also scheiß drauf versuchst du jetzt dazu zu gehören bloß weil du auch so ein gelbes zeichner hast unsere gelben zeichner fiegt deine du hast endlich ein bisschen außensteiger muss zu leben auch wenn es gelbe zeichnet das trotzdem das wird viel zu gern werden du wirst auf der Hobbys los ich kreiere gelbe Zeichen ich bin so eifersicht sich auf sich ich bin so eifersicht auf sich so ist eine Lebensaufgabe super klassenkraft in 50 äh 20 Jahren so und was hast du machst du heute ist heute so ich kreiere ihre gelbe Zeichen also wo bist du Junge ich stehe und schaue ob ich auch das finde was ich nicht tue ok ich bin jetzt noch 2 und 15 Meter entfernt ja ok ich bin jetzt ungefähr genau bei der Spitze von diesem Berg von welchem Berg? von dem Berg das ist ein Berg 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 ja ein berg ein rollendes R ok wo treffen wir uns bei Visota warte mal das ist ein Berg das ist ein Heli wo? das ist ein perfektes Heli wo denn? in Cherno nee wir holen ihn uns schau auf der Map ich würde sagen wenn ihr ihn zusammenbaut dann ähm tut aber einer von euch irgendwo campen das ja weil da garantiert ein anderer Player schon ist und ihn zusammenbaut ist ihr hier auf der Map Leo? hmmm nein wo denn? Treffer auf der Straße von Prygorodoki Prygorodoki wo denn ungefähr da wo Silent Hill steht oder was? ne der ist da ne der ist da da wo so eine Helikopter zeichnet steht weil ziemlich einfach genau unter diesem wo Eman steht das Rechte Eman bei mir ist der Kanze was ist das? ne das ist bei mir kein Zeichen na geil ok ok Eman Eman bei dem See da was ist das für ein See jetzt? ich mein das Rechte Eman Rechte ja das Rechte das ist ein See ja ok der Treffer ist halt bei dem scheiß See da ist auch egal ja ich sag ja nur ich frag ja nur nicht dass wir irgendwie ähm dann am Arsch mir fragst du schon dass ich wieder versucht dazu zu gehören aber eindeutig bedeutet ich glaub nicht dazu weil ich keinen scheiß Heli sehen genau das ist einfach ein Autsider na wie weit bist du weg? 400 ok 500 oh no oh ok dafür war ich jetzt der ganze Zeit auf diesem scheiß Berg hier ja oh das ist cool hm ich kann bergsteigen ja cool bei mir so ein Zombie der kriegt so gegen die Wand und so ja vorbei ja vorbei hm 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 das ist aber irgendwie... kannst du wieder vertreten die auf dem Weg wird das so eine Scheune auf welchem Weg dann mach ich nichts meinst du warst du schon bei dieser Brücke da? ja da bin ich jetzt Zugbrücke Zugbrücke man sollte die Brücke wo so ein Zug rüber fährt mein Gott Bahnübergang und da rüber gehen ich glaub da gibt es zwei da gibt es zwei aber nicht da wo der Zug rüber läuft weil ich gehe einfach mal hier rüber da drüben ist nämlich eine Scheune okay wir haben bewusst dass wir ein GPS haben oder? bitte? Alter jetzt bewusst dass wir beide ein GPS haben ich bin bei achso ja das ist rechte Steuerung und dann M warte rechte Steuerung M achso ja ich bin jetzt bei oberen 070 linkem äh 122 oberen 070 warum oberen also das obere Ding ist 52 bei mir okay warte mal ich seh dich glaub ich warte mal bleibt mal kurz stehen ja ok ich seh dich wirst du das? ja ok also in der Scheune sind zwei Scrap Metal und ein Gerrit Can nimm die mal ok wieso braucht man Scrap Metal? wir haben doch noch nicht mal was wir reparieren können äh zum einen brauchen wir Scrap Metal für alles was man theoretisch reparieren könnte ja ok so als er vielleicht die Heli ich geh schon mal zum Heli vor das war Paul eigentlich für den Kack keine Ahnung ich bin jetzt gerade in den Elektro angekommen weil ich hab halt noch so ein bisschen weh vor mir genau wie so ein Tschernohol und komm mal nur so rum ich sehe man wenigstens glaube ich noch also ich stehe wieder die Jerrican und ich sehe ne Heli ha? ich bin echt gespeit wenn ich da reingehe aber ich geh einfach mal in Heli rein und lass wieder hin kann ja nicht schaden äh warte mal wo ist bitte hier ne Jerrican? oder ist hier noch ne? sehr egal mach einfach was du kannst was da liegt und wenn nicht dann komm zum Heli wo ist denn die an? Alter das ist das erste Mal seit dem Jahr oder so was passiert ist was denn? was denn? Grafik Bugs wieso was das passiert? ganz arg Alter weißt du wie lange ich keine Grafik Bugs mehr hatte weil ich im Spiel weiß ich auch schon irgendwie nicht mehr ähm was verstehst du unser Grafik Bugs? Ist das der Himmel so backt oder was? ja so es war weg ja ok das hat mir mal so schwarz äh Balken oder so ja ja das hatte ich auch schon wie hab ich das gefühlt sich seit gestern werde wenn ich das so reinzugehen also wo bist du denn jetzt ungefähr? okay jetzt vollkommen kaputt vollkommen ja das heißt bauen wir mal ja machen wir es über unsere Netzen hier bauen wir dann verrecken wir und dann ist er weg das ist geile ist aber das ist genau neben im Industriegebiet also in dem einen der größten ähm Industrie Spawner in China ist okay wo bist du? äh ich bin jetzt in der Nähe von diesem Kran in diesem Kran? ja ich seh'n Heli okay also ich denke mal in der Nähe bist du gebäude ja ja so ein genau und da ist auch ein Kran daneben okay schön für den Kran also ich denke nicht dass hier irgendwie zwei Heesen sind so nahe Umgebungen also ich hab'n Huntingknife bist du das der der liegt? nein ich bin nicht anderes erschießen zumindest noch mehr ja der ist tot also du bist in dem Gebäude drin oder ne? ja ich hab' jetzt Grab Metal hier oh ok eben auch Grafik Bugs ein bisschen ja egal also jetzt nicht schön hey ja sowas den soll mich mal abknallen weil du könnt' ich was hier hinten schon drin keine Ahnung geh einfach rein ja wenn wir ein Heli haben wollen wir dann immer mit irgendwelchen Leuten irgendwie so ein Team machen und miteinander schießen bist du das? ich? nein das ist ja ist hier noch jemand? ja wer hätte es erwartet hier im Kranus ist relativ naheliegend dass da noch jemand ist ja ok so wer hat diese scheiß Draht hier aufgestellt hat aber jemanden getötet und er ist nicht tot Geisten der? weißt du das? will ich helfen? ja helfe mal warte ah wo bist du denn? wo bist du denn? beim Heli oder wo? ähm er ist nicht tot glaube ich man kann ich irgendwo ich kann es nicht ganz ordnen na ist er tot? hoff ich mal ok ich sehe dich glaube ich oh was killed oder war das? ja dabei ist tot ich hoffe mal das ist er war ok ja ok ich bin ja dir ok schack mich doch ich hab doch nichts da ist noch ein toter player oh und ich hab um das Gefühl jetzt um diesen Heli der gekämpft wird ach ok Paul komm ja weil ich nur mal wissen was zu fressen auf dem Weg hm sonst noch mal alles oh warte soll ich noch einen Mountain Dew mitnehmen wieso wieso somit wir was haben ich hab hier irgendwas hier mal ja ich hab äh drinnen leider nichts mehr gefunden hier ist ein Bison ist die Märkte und hier werden wir jetzt nicht kriegen um wir machen okay komm ein bisschen wo wir sind oh ich hab irgendwer redet da ok ne ne für ein Spatz redet da auch über den Fightchat hey du mit dem Helikopter bist du friendly es gibt doch nicht nur irgendwie 80 Heli hier auf dem Teil weißt du das ich bin hier links ja der gerade vor mir sich umdreht ja nein das bin ich nicht ok gehen wir rein weil ich hätte heute abgekackt das ist lieber ich geh mal hoch auf die obere Tage wahrscheinlich schützt ein Sniper da rum und der warte schon drauf warte was hab ich hier einsteigt das sind ich nehme ein Hunting knife mit weil man es ja von Anfang an nicht hat hab ich doch Angst Köln ich war schon drunter bin ich geschneit also wo geht's nie hoch vielleicht hatte dich ja nicht gesehen natürlich jetzt erst mal okay Paul magst du für Leo magst du vielleicht erstmal ähm Campen und warten auf jemand kommt und den abknallen wo geht's nie hoch da hier Treppenhaus Leo wirst du hier warte hier hier wieso das äh was du weil du geschossen hast da Leo wow 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 heli heli what the f- oh ja what alter tinnitus hast du auch so alter was muss ich auf den chest wie war ich alter habt ihr den auch alter das bin ich nein nein ich bin nicht du doch also jemand ok ich bin tot alter alter man was für ein scheiß plötzlich explodiert die ganze heli man wie war das was passiert ja ich bin tot keine ahnung wir gehen so lange plötzlich explodiert die heli wie oder es war ein anderer ich glaube es war ein anderer weil ich erst noch die rotoren gehört habe schon wafferte der dmr ok ok also das muss ich mir nochmal angucken nachher nice ok also ich habe zwei Leute gekillt und den anderen ziemlich schwer verletzt ja dann wurde ich von einem kerl der mich mit der dmr tausend mal die fresse geschaffen hat ja ich weiß nicht ob du das warst aber irgendjemand hat sich am schluss noch über mich gebeugt alter alter dieser scheiß ton hatte die denn auch ja tust mich neet na ok dann äh tja dann beenden wir das jetzt hier und sehen uns dann im nächsten part oder nächsten abschnitt bis dann jo tja so kaum gestartet kaum gespawnt sehen wir hier schon dass die halbe stadt in flammen steht keine ahnung wo wir jetzt hier sind weil ich es verpasst habe am anfang elektro ist es nicht ne weiß ich nicht was das ist auf jeden fall eine hafenstadt ist die groß mit hafen ja also mit 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 kränen das ist wahrscheinlich tscherno ich meine elektro weil der hedi da ist mit dem fliegen brennt war das ja aber es kann nicht so heftig brennen also es ist echt schon abartig also es hat eine kirche aber die kirche steht am wasser fast das ist tscherno warte mal tscherno hat die kirche am wasser stehen wo bist du wo seid ihr denn elektro also ich bin elektro und tausend ich bin jetzt kurz vor elektro ich bin jetzt von elektro weggerannt weil ihr kerno wartet jetzt hier brennt der ganze himmel grad woher hin und das ist wichtig ich stelle dir vor was passieren würde wenn du in dem echten Leben die große brennende Schlaft machen wirst du wegrennen oder wirst du hinrennen hinrennen ok hihihi 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 bei der Liste also ich bin es gleich und bis zu dem Markt mit Schönen bei Trankungen